Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zum Deep Learning Studio. Wieder mal in Kooperation mit der Hochschule Fresenius und zwar, wie ihr wisst, die Hochschule Fresenius bietet drei Studiengänge an für Informatik. Und zwar einmal die Bioinformatik, die Angewandte Informatik und die Wirtschaftsinformatik. Dieses Mal habe ich mich mit dem Professor für Wirtschaftsinformatik sehr, sehr viel unterhalten und ja, dabei ist ein sehr geiles Projekt daraus gekommen. Es sind noch andere Projekte daraus gekommen, also lasst euch überraschen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, dieses Mal machen wir eine Text-Sentiment-Analyse. Im Endeffekt ist das für die Wirtschaft extrem wertvoll, aber auch für euch als Privatpersonen, denn ihr könnt damit herausfinden, wie die Person gerade drauf war, die diesen Text geschrieben hat. So ein bisschen anhand ihrer Wortwahl. Natürlich kann man nicht direkt sagen, dass das immer stimmt, denn es ist nur Text. Es ist nicht, wie die gesprochene Sprache ist. Aber das ist schon sehr, sehr wertvoll, denn damit könnt ihr zum Beispiel herausfinden, ob eure Freundin sauer auf euch ist oder eure Mutter. Whatever. Genau. Und ja, ihr seht, das ist wahrscheinlich auch sinnvoll für die Wirtschaft, denn ja, da gibt es auch einige Anwendungen. Dazu aber gleich mehr. Ich würde mich natürlich deswegen auch sehr freuen, wenn ihr bei der Hochschule Fresenius mal vorbeiguckt, denn eigentlich hat der Professor für Wirtschaftsinformatik dort noch einiges mehr vor, als nur diese Text-Sentiment-Analyse. Es soll noch ein bisschen weitergehen, aber ich kann natürlich nicht alles hier mit euch machen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, einfach mal da vorbeigucken. Okay, also zunächst einmal, wie soll diese KI funktionieren? Nun ja, jedes Wort hat so ein kleines bisschen einen Beigeschmack. Und Beigeschmack ist sogar eigentlich ein Wort, was eher negativ in meinem Kopf zumindest verankert ist, weil Beigeschmack ist immer so, weiß nicht, es hat so ein bisschen einen negativen Touch. Und so ist es eigentlich mit fast jedem Wort. Jedes Wort hat irgendwie so einen Beigeschmack. Manchmal ist er stärker, manchmal ist er weniger stark. Und zum Beispiel, ja geil, habe ich Bock drauf. Da weiß man sofort, okay, das ist eigentlich was Positives. Und ja, wenn ich sage, die Zerstörung von irgendwas, dann ist das eigentlich eher negativ behaftet. Das heißt, vor allem das Wort Zerstörung oder ja, generell das Wort Zerstörung ist negativ behaftet. Das heißt, es hat einen negativen Beigeschmack, während Bock eher einen positiven Beigeschmack hat. Außer man meint es ironisch, das kann man leider nicht rausfinden. Ja, genau. Das heißt, was ist genau unser Ziel? Wie wollen wir das machen? Wie wollen wir diesen Beigeschmack rausfinden? Dazu müssten wir ja gelabelte Daten haben, oder? Haben wir. Es gibt eine Datenbank, die nennt sich CentiWS, zu der gleich mehr. Dort sind sehr, sehr viele Wörter gelabelt drin mit diesem Beigeschmack, wirklich als Zahl, was sehr, sehr wertvoll ist. Und wir wollen diese Datenbank erweitern, so dass im Endeffekt auch Wörter, die uns unbekannt sind, klassifiziert werden können. Und das ist natürlich was, was ein Experiment ist. Man weiß nicht, ob das funktioniert. Also ich weiß es zumindest nicht. Ihr könnt raten, mir ist das egal. Aber es ist auf jeden Fall ein Experiment wert. Wir wollen gucken, ob das funktioniert. Und nebenbei wollen wir uns noch kurz angucken, wie das Deep Learning Studio eigentlich mit Textverarbeitung kann. Ziemlich spannende Sache. Okay. So, das heißt, unser Ziel ist, ein Tool zu schreiben, das einen Gesamtwert berechnet über einen kompletten Text. Und anschließend zu gucken, ob der Text so positiv formuliert ist oder eher negativ formuliert ist. Und das ist quasi so der Sinn dahinter. Natürlich kann man da noch sehr, sehr viel mehr machen. Dazu aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Okay, Anwendungsfälle. Ganz kurz und knackig erstmal. Ich kann damit Kommentare auf YouTube analysieren, ob die positiv oder negativ sind. Das ist doch geil, oder? Ich kann damit die... Oder ihr könnt damit die Nachrichten eurer Freundin analysieren, wenn ihr Bock drauf habt. Und gucken, ob sie gerade sauer ist oder nicht. Ihr könnt damit natürlich auch journalistische Texte analysieren und gucken, wie gut eigentlich so ein... Oder ob das jetzt ein positiver Bericht über etwas ist oder ob das eher ein negativer Bericht ist. Ihr könnt damit sogar politische Reden analysieren und vielleicht rausfinden, ob die AfD vielleicht eher mit Hass argumentiert, während andere Parteien eher mit etwas Positivem argumentieren. Und ihr könnt den Spannungsverlauf von Büchern vielleicht festhalten. Das heißt, manche Bücher mögen vielleicht am Anfang eher positiv sein. In der Mitte wird es dann dramatisch und alle sterben und keine Ahnung. Und dann habt ihr ein sehr, sehr negatives Sentiment und anschließend wird es vielleicht wieder positiv. Wer weiß. Ihr könnt vielleicht rausfinden, ob ein Ende eines Buches sehr, sehr negativ ist oder eher positiv und euch vielleicht vor einem Bad Ending bewahren. Und ja, natürlich auch eure eigenen Texte optimieren anhand von solch einer Kurve oder vielleicht auch nur anhand von einem solchen Sentiment. Das heißt, sehr, sehr viele Anwendungsfälle einfach nur durch eine KI. Ich denke mal, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, wir gucken uns gleich mal an, wie wir das machen können. Als Grundlage soll, wie gesagt, der Senti WS-Wortschatz dienen. Also WS steht für Wortschatz. Und das ist ein, ähm, der Teil von der Wortschatz-Bibliothek der Uni Leipzig, der sich eben mit einem Sentiment befasst. Das heißt, jedem Wort in diesem Wortschatz ist ein Sentimentwert zugewiesen worden zwischen minus 1 und 1, jeweils einschließlich. Ähm, und wenn es halt bei minus 1 ist, dann ist es ein extrem negatives Wort. Während wenn es bei 1 ist, ist es ein extrem positives Wort. Null gibt es auch. Das sind dann eher die neutralen Wörter. Das heißt zum Beispiel hat oder einen oder im. Da kann ich nicht wirklich direkt was rauslesen. Das ist jetzt nicht unbedingt mit einem Beigeschmack behaftet, weil ich eben das in jedem Zusammenhang verwenden kann. Okay, also minus 1 wäre zum Beispiel sehr, sehr negativ, während 1 sehr, sehr toll ist. Ähm, aber nicht unbedingt diese Worte. Also ich glaube, nicht mal die sind bei minus 1 und 1 angesiedelt. Das sind nur Beispiele, damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Okay, ähm, insgesamt haben wir 16.000 positive Trainingsbeispiele und 18.000 negative Trainingsbeispiele in diesem Wortschatz drin. Allerdings in Flexionsform. Das heißt, wir haben nicht nur Aufstieg als ein Trainingsbeispiel, sondern Aufstiege zählt auch als Trainingsbeispiel. Aufstiegs zählt auch als Trainingsbeispiel und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, da müssen wir gucken, oder das dürft ihr dann vielleicht optimieren. Ich zeige euch im Endeffekt nur ein Grundgerüst und ihr dürft das dann selber optimieren. Da bin ich mal gespannt drauf, wie gut ihr das hinbekommt. Und, ähm, ja, wir haben da natürlich dann sehr, sehr viele verschiedene Flexionsformen eben. Ähm, ich glaube, ohne Flexionsformen sind es deutlich weniger Trainingsbeispiele. Also so insgesamt vielleicht 3.000 bis 5.000 oder sowas. Okay, ähm, und natürlich ist diese Datenbank überhaupt nicht richtig formatiert. Das heißt, das ist für uns der erste Schritt, denn wir wollen das Ganze natürlich in eine train.csv-Datei umwandeln. Dazu müssen wir ein kleines bisschen, ähm, selbst programmieren natürlich. Und ja, jetzt müssen wir hier auch programmieren. Allerdings müssen wir nicht die KI programmieren, sondern nur die Formatierung von unseren Daten. Im Endeffekt könnten wir das auch von Hand machen, aber dazu bin ich 10.000 Mal zu faul. Ähm, kleines Beispiel hier. Wir haben das Wort bezaubernd. Und das hat den Wert 0,3081. Das ist also, also wenn wir bezaubernd eingeben in unsere KI, wollen wir am Ende 0,3081 als Ausgabe haben. Wenn wir allerdings bezaubern der Re, bezaubern der Rem, bezaubern, all diese Worte hier eingeben, dann wollen wir auch den Wert 0,3081 haben. Und das steht alles in einer Zeile drin. Das heißt, wir müssen das komplett umformatieren hier. Okay, also das ist der erste Schritt. Und da müssen wir natürlich auch darauf achten, denn ein neuronales Netz kann nicht einfach ein Wort verwenden. Ein neuronales Netz möchte am liebsten zahlen. Und das ist leider immer so. Das heißt, wir müssen irgendwas für unser neuronales Netz auch noch ändern. Also sagen wir hier, okay, dass die Eingabe für unser Netz ist ein Wort als Zahlenliste. Ähm, das kann man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt gut vorstellen, aber wir nehmen jetzt einfach mal Hallo. Das kleine Wort Hallo besteht aus fünf Buchstaben und zwar ist H der achte Buchstabe im Alphabet. Das heißt, wir sagen hier 7 dazu, weil wir bei 0 anfangen zu zählen im Normalfall. Und dann ein A, das ist ganz vorne. Also eine 0, L und L sind jeweils 11, 11. Und das O ist bei 14. Und so kann man ein Wort, beziehungsweise einen Buchstaben als Zahl darstellen und so dann auch ein ganzes Wort als Zahlenliste. Ja. Und wir verwenden dann zum Verarbeiten ein rekurrentes Netz. Und das kennt ihr auch noch nicht. Deswegen möchte ich auch unbedingt dieses Projekt hier machen, denn damit kann ich euch auch Char-Ironend gleich erklären. Wunderbar. Das heißt, wir haben sogar hier die Möglichkeit, was Rekurrentes zu schreiben. Cool. Ähm, ähm, ja. Liegt einfach daran, dass nicht jedes Wort gleich ist. Also ich meine, selbst bei Bezaubernd und Bezauberndere hat man schon verschiedene Längen und unser neuronales Netz muss im Normalfall, wenn wir kein Rekurrentes Netz haben, immer dieselbe Länge an Eingabe verarbeiten. Deswegen müssen wir hier ein Rekurrentes Netz verwenden, weil wir einfach variable Längen haben. Cool. Output wird der Sentiment-Wert, den ich euch gerade gezeigt habe. Das heißt, bei Bezaubernd habe ich, glaube ich, gesagt 0,3081 wäre die gewünschte Ausgabe von unserem Netz. Das heißt, wir wollen unser Netz darauf trainieren. Und wir wollen natürlich generell dieses Intervall einhalten, Minus 1 bis 1. Das heißt, wir können nicht über diesen Wert 1 kommen und wir können auch nicht unter den Wert Minus 1 kommen. Und ja, das ist eigentlich auch so ziemlich das, was wir hier bauen wollen. Wie wird das ganze Ding genutzt? Nun ja, zunächst einmal ein Python-Script, dass die Berechnung des Gesamten, also wenn wir dann das neuronale Netz haben, können wir es ja quasi wie eine Web-Anwendung ansprechen. Das habe ich euch noch nicht gezeigt, aber im Endeffekt ist es über die API erreichbar. Denn ja, beim Deployment-Prozess von Deep Learning Studium, da ist eine API dabei. Und wir wollen hier dann natürlich das komplette Sentiment über einen Text berechnen. Das heißt, wir lassen jedes Wort klassifizieren. Und das soll uns dann den gesamten Text sozusagen ausgeben. Das mache ich vielleicht am Beispiel von ein paar Kommentaren von euch. Das wäre doch mal interessant, ne? Und dann vielleicht noch ein Python-Script. Das muss nicht unbedingt in diese Serie fallen. Ich meine, im Endeffekt könnt ihr selber Python programmieren. Der erste Teil würde ich gerne noch hier reinpacken, wenn ihr Interesse dran habt. Der zweite Teil, das wäre dann eure Aufgabe vielleicht, dass ihr einen emotionalen Verlauf eines Textes berechnet zum Beispiel. Das heißt, dass ihr nicht alle Wörter aufsummiert, sondern immer vielleicht eine Kurve habt, die vielleicht die letzten fünf oder zehn Wörter sowas verwendet, um dann eben zu sehen, okay, hier ist es jetzt gerade positiv und dann wird es immer negativer und dann wieder positiv und so weiter und so fort. Genau. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel von unserem Projekt. Ich wollte euch eine kleine Einführung dahin geben. Wie gesagt, schaut nochmal bei der Hochschule Fresenius vorbei, wenn ihr mehr in diese Richtung haben wollt. Die machen da wirklich viel geilen Shit. Und ja, da kommt auch noch einiges auf euch zu. Hier von mir tatsächlich auch, weil wir ein paar Challenges vielleicht auch planen, die auch sehr, sehr spannend werden. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt dabei. Bis dann. Ciao.